Kursante Bank drücken, alternieren. Wie die Schultervariante im Stehen kann man das natürlich auch horizontal auf der Bank machen. Und zwar das rausdrücken, nach vorne und dann abwechselnd die Arme bewegen. Dabei wird natürlich ein großes, mit großer Wert darauf gelegt, dass die Schultern stabil gegen die Bank gedrückt werden und dann natürlich auch die ganze Zeit in die Position gehalten werden. Die Bewegung ist natürlich dann auch wiederum kontrolliert. Und ihr werdet auch merken, dass es natürlich wesentlich länger dauert und dadurch viel, viel mehr Stress auf die Muskulatur setzen. Ich zeige euch das mal ganz fix. Auch wie wir normal beim Bankdrücken, Kurzante Bankdrücken in die Position reinkommen. 45 Grad, Arme hoch und dann schön in Wechsel. Also ich habe auch die Möglichkeit, unten zu halten. Auch wieder 45 Grad, Schulterwelle fest in die Bank. Hoch. So, viel Spaß. So, viel Spaß.